hallo hallo meine lieben freunde willkommen zur nächsten folge von Pottel das Experiment nähert sich seinem Ende das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen Ok, ah, heute bin ich nicht, also wieder mal nicht alleine das letzte Mal war ich ja erst schon mit Danny unterwegs und dann war ich wieder alleine Heute habe ich aber Burning dabei Hallo Burning Hallo Jenny Wie geht's dir? Gut So, man kann ja Portal So Man kann ja Portal eins nicht zusammenspielen Deswegen hört er eigentlich nur zu Und sagt, was ich falsch mache Ähm, du machst was falsch? Ich mach alles falsch, mein ganzes Leben ist falsch Geil, Bullshit Jetzt sind wir was Neues Warte, dass ich den Sprung nicht schaffe Warte, dass ich den Sprung nicht schaffe Ich wusste es doch, ich bin geil Äh, ähm, 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 jetzt nicht in diesem Sinne Äh, ja Äh, ähm, 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 ähm ... Sogar zur richtigen der Konzentration oder was? Ja sowas in der Art. Ein Brain-Afka in Konzentration. Das gibt glaube ich irgendwie keinen Sinn, habe ich das Gefühl. Da hast du recht, das gibt gar keinen Sinn. Aber das ist ja meine Logik, also die versteht so, dass du außer mir, niemand. Das stimmt. So, danke, danke, danke. Oh shit. Ah, 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 au, ah, au, 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 au. Was hast du denn? Diese Viecher, kennst du den Portal? Diese Viecher, die dich abknallen? Ja. Diese nerven mich grad. Oh Gott. Verdammt, verfehlt. Ah, ja gut, gut, gut. Nein, stopp, stopp, ich darf mich nicht abschießen. Danke. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das leckt. Oh, jetzt geht's. Aua. Komm. Komm schon. Zack, weg ist das Ding. So. Und treffe ich, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Übrigens, ich bin gut. Nee. Nee. Doch, ey, ich bin voll gut. Glaube ich dir nicht. Ist gelogen. Also, das ist schon mal richtig. Ja, ich hab's geschafft. Da komm ich nicht hin. Jetzt muss ich warten, bis das Teil wieder zurückkommt. Ich hab's geschafft. Okay. Einen Timer will ich so anschauen. Hast du Portal eigentlich durchgespielt? Hab ich gar nicht. Ach, da hast du gar nicht. Ich hab gedacht, du hast das. Nee. Ich wollte mir mal Portal 2 kaufen, damit wir im Code-Modus, äh, dass er mal, oder dass ich mal mit jemandem im Code-Modus spielen kann. Okay. Aber bin doch nicht wirklich dazu gekommen. Verdammt. Mist. Mist. Kacka. Mist. Ist wohl und stinkt. Nein, ähm, ich bin grad in deiner Kammer. Ähm, wo ich ein bisschen, ähm, also ich kenn das eigentlich, eigentlich hab ich das ganze Spiel schon Let's Played. Im Klartext, ich hab alles bereits aufgenommen, ich war sogar am Ende, okay, nicht am hundertprozentigen Ende, aber ich war fast, also ich war hundertprozentig fast fertig. Ähm, jeder war ich so schlau. Und, oh Gott, jetzt häng ich da fest. Und hab mein PC ja neu aufgesetzt. Und du hast vergessen, alles abzuspeichern oder was? Oh Gott. In den letzten Sekunden schließt sich das Portal. Ich kotze gleich. Kannst du nicht. Du hast gar nicht lent. Oh Gott. Entschuldigung, beschwende ich nicht. Clipdomonen. So. Äh, wo war ich gerne geblieben? ja genau 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 beim pc ich war ja eigentlich fertig aber ich war einfach zu dumm ja bist du ja ich meine natürlich nein kommen dass man nur schwer ist es doch du willst doch nur so soll ich so gut er will doch nur ich will ich bin ja ich will doch nur spiel war so ich bin durch ich hab's geschafft zack 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 dann halt nicht dann geht's nicht ok nein oh grad war das knapp ok das kenne ich auch schon beziehungsweise die lösung kenne ich oh ich habe mich selbst ich habe mir selbst wehgetan so einmal bitte treff bitte treff bitte treff was habe ich da platziert orange da ein hin und her gehüpfe fuck ich hab das scheiß geschütz vergessen sehr gut beachten sie dass sie beim nächsten test nicht isolierten elektroteilen ausgesetzt werden die unter umständen gefährlich sein können so weitere informationen erhalten sie in einem unserer seminare zu elektrik und sicherheit so zack 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 also ich habe zwei level innerhalb von zehn minuten geschafft also passt doch ein bisschen etwas ok nein lade daten ich lade auch gleich daten kommen bämm willkommen beim letzten test wenn sie fertig sind geben sie das gerät in geräte durchgabe komplex ab laut den vorschriften des enrichment center müssen beide hände leer sein Oh ja, nein, warte. Nochmal. Also, wenn das da reingeht... ... dann muss es hier so stattfinden. Dann fliegt es wenigstens richtig. Fast, 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 fast. Ähm. Stimmt das jetzt? Zack, zack, zack. Ja, passt. Ich bin gut. Ich bin voll gut. Hey, ich bin voll gut. Mir ist nix. Okay. Nein, legst du durchspringen. So. Bist du sicher, dass du gut bist? Gut genug, um das Zeug hier zu schaffen. Nein! Ich hab mich selbst gekillt. Ich hab mich grad selbst gekillt. Ich hab mich grad selbst gekillt. Und wie? Hm? Ähm, warte mal kurz. Nein, ich hab mich schon wieder gekillt. Oh. Äh. Okay, ganz ruhig, Jenny. Ganz ruhig. Unfaik. So. Schreibt mal bei ihr in den Comments, Heshick, unfaik. So. Ja. Ta-dam. Ta-dam. Manche Objekte sind wichtig für ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Zerstören Sie keine Testapparate. Zerstören Sie keine Testapparate. Warte. So. Da. Da. Nein, ich bin ins Wasser gesprungen. Kann ich nicht schwimmen? Hallo? Gärt's doch noch gut. Fuck, nein! Kuchen, Kuchen, Kuchen. Der Test ist vorüber. Alle Appertür-Technologien bleiben bis 4000 Euro. Und zwar ein Stad, Calvin. Betriebsfähig. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Geräte Fehlfunktionen kommen kann. Danke für die Teilnahme an dieser Einwanderungsrichtung. Double Kill. Ende. Double Kill von was? Guck mal, was unten ist. Und zwei Leuten. Oh nein, ich hätte das nie gedacht. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Partymitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Ich habe das Ding jetzt ernsthaft da runtergeschmissen. Nein! Ich bin blöd. Ja. Danke. Bitte. Warte immer wieder gern, anders gesagt. So. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Partymitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Hey! Ich kann doch noch lange mal langsleiden. Komm schon. So. Kein Signal, kein Signal, kein Signal, kein Signal. Gut, da hin. Danke. Oh. Na, die bewegen sich ja. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Ausdruck. Willst du es anschauen? Bis dann. Ciao. Ausschau. Tschüss.